Was war das denn? Ich sollte vielleicht nicht mehr die Eier essen, die hier überall rumliegen. Ja, lass das lieber. Ich hab früher jede Menge Fledermäuse gegessen. Lecker! Ah, uff. Hey, der Fisch ist wieder klein. Oh, ich kenn dich doch. Kusch, kusch. Die waren ja mal groß und eklig. Mist, ist die groß und eklig.